Wie sehe ich gespeicherte Beiträge in LinkedIn? Eine der besten Funktionen, die einige Social Networking Sites für Benutzer bereitgestellt haben, ist die Möglichkeit, Beiträge zu speichern. Glücklicherweise hat LinkedIn auch diese Funktion. Wenn Sie bereits einen Beitrag gespeichert haben und danach suchen, ist dieses Video genau das Richtige für Sie. Die Schritte sind sehr einfach. Mach das einfach. Melden Sie sich dazu bei LinkedIn an. Klicken Sie oben links auf diese Option. Klicken Sie nun auf diese Option. Komm ein bisschen runter. Wählen Sie diese Option aus diesem Abschnitt. Hier sehen Sie die gespeicherte Option. Klick es an. Klicken Sie erneut auf diese Option. Hier sehen Sie Ihre gespeicherten Beiträge. Sie können jeden Beitrag einfach speichern und ihn dann jederzeit wieder anzeigen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie in den Kommentarbereich schreiben. Wenn Ihr Problem gelöst ist, liken Sie bitte das Video und abonnieren Sie den Kanal.